Okay, ihr Lieben, nächster Trailer, nächste Trailer-Ankündigung. Ja, hätte es schon ein bisschen früher kommen können, aber da kam ja noch die Bombardierung des Hauptkanals bei Wegnus Radio, Wegnus TV, bei Wegnachricht, bei YouTube dazu. Das hatte natürlich Priorität. Dennoch will ich euch da jetzt auch dran teilhaben lassen. Dauert aber so in etwa tatsächlich 30 Minuten, man kann es nicht glauben. Weil ich lese aus dem Ablehnungsbescheid des letzten verfassten Widerspruchs vor. Wen es interessiert, gerne auf VK, Bitschuh, Telegram. All diejenigen, die es bei Wegnus TV aufnehmen, das Ganze, und einen Link in die Browserzeile kopieren. Deswegen meine Bitte, beziehungsweise bitte, die Links funktionieren nur dann, wenn da eben keine Leerstelle oder ein Leerzeichen drin ist. Das heißt, müsst ihr erst mal überprüfen, uns dann rausnehmen und dann funktioniert normalerweise der Link auch. Ja, das wäre es doch schon wieder gewesen. Viel Spaß, aber ich bin kein guter Vorleser, deswegen bin ich auch nicht traurig, wenn ihr nach drei, vier Minuten beim Hauptfilm abschaltet. Tschüss. Aus jetzt. Aus, aus, aus. 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 Aus.